So, play like a legend! Ah, let's play like a legend! Ach, give auf trotz! Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei Holston TV, sagt euch der Opa Mario der alte Sack! Wie, der ist auch da! Hey! Ja gut, und die anderen gehen wir nicht. Außer Toddy natürlich. 4 Schläge. Oh, 18. 18 ist viel. Oh, schau mal an diese Säule durch den Luft. Und wo du warst, aber? Welcher Schuss sind sie hier, Henny? Er ist ungefähr 1,55 Meter aus dieser ganzen Lokation. Wow, das Fahrrad ist unglaublich. Über 300 Yards. Ah! Ah! 17. 17 Seiten Wind. Bitte nicht ins Wasser. Ey! Boah! 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 Na komm! Schauen wir mal her! Schauen wir mal her! Schauen wir mal her! Ach, mehr gibt's nicht! Ne, mehr gibt's nicht! Boah! Big putt for par, kommen wir auf! Gut. Aber da ist er besser vor die Bunker, oder? Gehen Sie mit den 7? Oh! Was war das? Was war das denn? Das war der erste Schlag? Da habe ich das Albatross. Ja, was denn jetzt? Habe ich jetzt einen Albatross gehabt, oder nicht? Oder war das Birdie, oder? Oder hier der andere Vogel, der der Fieger oder der Igel... Kaffee, Kaffee trinken. Was haben wir jetzt? Tja, wo ist meine Anzeige? Der nächste Schlag ist ein Power 4. Immer ein 4 Schlag ist. Ich weiß nicht, was ich kriege. Aber ich habe nichts gesagt, von einfach aus oder so. Der Mann hat bestimmt ein Birdie, oder? Ich glaube, ein Birdie war es. Sonst hätten wir doch bestimmt was zu sagen. Und warum die sagen immer was. Die sagen immer was. Ich verstehe bloß nix. Das ist gonna be tough to stop you on this green. Oh, tough, tough, tough. Tough ist gut, hier. Hier mache ich. Versuche ich zu landen mit meiner Toughheit. Mal sehen, ob das klappt, ey. Okay. Ah, okay. Gelandet bin ich, aber... Ich bleib nicht da. Ja. Ich bin da. 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 Good. Jetzt dreid uns dann unseren Fokus zu Colin Morikawa. Er hat ein bisschen zu tun, aber er wird nur ein Rückk horizontal aus seinem Vier Schläge. Aha. Oh, oh, oh. Gegenwind. Gegenwind. See, that should find the short stuff. And he's down there. Yeah, this is straight back into the breeze. Gonna be a tough one. Hauptsache nicht das Wasser. Mein Bunker auch nicht. Ja, Gegenwind. Gegenwind. Looks like a pretty straightforward five-footer to me. This is what they have left for part. Looking good so far. Solid power putt there. Got to say, putting this well from this distance is a huge confidence booster. Currently, a couple under for the round. Now a par five hole awaits. After a par at the last, a chance to perhaps signal some intent. That's a nice looking tee shot that one. Time for the second shot here at the sixth. Looks like they've got the five-foot. Come on. Come on. Come on. Come on. Well, that's a tremendous shot. He sets up a wonderful opportunity. Always like the aggressive play. Going for it in two and get rewarded for it. And this punt to move into the top five on the leaderboard. Now over to Colin Morikawa. He's one struck behind his rival in this event. Okay, time to return to the action. And this punt to move into a sheer first place. Let's move into a minute dimension. How far are we going into a pool? 9 meters. Okay. 9 meter. Das ist ein Igel, ne, kann ein Igel werden. Kann. Kann. Ist. Das ist ein großartiger Punkt, besonders für einen Igel. Und mit dem, er wird zu 4-under par. Und wir haben noch einen Blick auf den Schuss. Was ein tolles Punkt, von weitem aus. Oh, guck mal durch die Bäume. Hey, nehmt die Bäume weg. We find ourselves on a par three here. Zehn. Zehn. Geht mal so. Roll, 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 roll. Bitte roll noch, roll weiter. Sechzehn. Sechzehn Meter. Ich schätze mal, ich rufe einen, bin ich sicher. Ne, siehste. Doch nicht bitte. Ich schätze mal. Tiger Woods. Oh, noch zwölf. Okay. Dankeschön. Herrgau, meine Sonne. Oh, 18. 18 ist vier. Ja. Einundzwanzig. Bitte doch nicht. Bitte nicht da rein. Okay. Schorli Baker. Was ist das? Schorli Baker. Was heißt das? Schorli Baker. Was heißt das? Schorli Baker. Halt. Halt. Halt an. Reicht. Ja klar. Habt's auch da drauf, he? Scheiß. Scheiß. Was ist mein Loch? Da. Oh. Schade. Schade aber nützt nichts. Irgendwo unterwegs haben wir verpackt. Jetzt. Wir machen unseren Fokus zu Colin Morikawa.